Der Public IT Security Seit Jahren ist die PITS Treffpunkt der IT-Sicherheits- und Cybersicherheitsverantwortlichen in den Verwaltungen und Sicherheitsbehörden von Bund, Ländern und Kommunen, aber auch der Anbieter von Sicherheitslösungen und der Wissenschaft. Der Dialog der Teilnehmer untereinander mit den Referenten und Experten steht im Vordergrund. Netzwerke sollen gebildet werden, um die Sicherheit im Netzwerk zu garantieren. Technologie trifft Politik, trifft Administration. Die IT-Sicherheitsbeauftragten des Bundes und der Länder im IT-Planungsrat tagen auf der PITS. Die CISOs diskutieren mit Wissenschaft und Wirtschaft. Am Rande der PITS finden zahlreiche Treffen und Sitzungen statt. Eine sichere Cyberwelt braucht aber mehr eine Cybersicherheitsaußenpolitik. Auch dies war ein Thema auf der PITS. Ich denke, dass Europa insofern einen sogenannten, also nicht nur den digitalen Binnenmarkt braucht, die Wirtschaft, die Industrie 4.0, die es zu stärken gilt im europäischen Rahmen, sondern auch eine gemeinsame Cyber-Außen- und Sicherheitspolitik, die vertreten werden kann, muss jetzt nicht unbedingt sein, nur allein durch die hohe Vertreterin Federica Mogherini für die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, sondern auch möglicherweise durch die führenden Cyber-Nationen. Die sind teilweise, europäische Staaten sind schon auch in der Gruppe der Regierungsexperten auf der Ebene der Vereinten Nationen präsent und vertreten, aber eine stärkere Abstimmung zwischen den führenden europäischen Staaten wäre schon wünschenswert. Moderator und Publikum befragen Verantwortliche. Hier das Bundesministerium der Verteidigung. Die begleitende Fachmesse mit 50 Ausstellern zeigt speziell auf die öffentliche Verwaltung zugeschnittene Produkte, Lösungen und Strategien. Die PITS ist somit die größte Fachmesse rund um die öffentliche IT-Sicherheit. Unternehmen und Wissenschaft bringen zudem neue Impulse und Entwicklungen sowohl in der Ausstellung wie im Kongress zur Geltung. Eine wichtige Funktion in einem von sehr kurzen Innovationszyklen geprägten Markt. Nur das persönliche Gespräch gibt dann die Informationstiefe, die dabei notwendig ist. Ransomware, Backup-Strategien, Schutz öffentlicher Netze, Sicherheit mobiler Endgeräte, Darknet, Notfallkonzepte, Cyber Defense, Social Engineering, ISIS, BSI Grundschutz und viele Themen mehr. Dies alles sind die Topics in der Fachausstellung, aber noch viel mehr sind es die Themen in den Fachforen. Intensive Arbeit an den Detailthemen, das ist die Aufgabe der immer gut besuchten Foren und Arbeitsgruppen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Referenten und Aussteller sind sich daher wie in jedem Jahr sicher. Wir treffen uns wieder auf der nächsten PITS Public IT Security in Berlin. Vagabend Fünfer